so wir kommen wieder bei einer weiteren folge von let's play together fifa 14 co-op seasons so wir spielen heute fangen heute mit der zweiten saison an wir sind jetzt in liga 4 und spielen das erste mal mit AS Monaco und suchen uns jetzt einen gegner ja mal gucken da wir die Mannschaft nicht so wirklich kennen werden wir auch mit der Startelf da spielen die eingestellt ist genau aber gar nichts verändert richtig ich finde sich jetzt schnell ein gegner ja haben wir schon ein sehr gesagt getan Na gut wir sind also Monaco gegen Galatasaray geile spiel ich bin rot Sebastian ist blau was hä hä na gut das hat unser Torwart hier ich hau den lieber raus oh oh na gut das hat unser Torwart hier ich hau den lieber raus genau krass geklärt jetzt lang haben sie aber selber gesehen ach schade oh ich hab ihn doch der alte Srei das ist schon übel so ich mach wieder wenn du kommst an den vorderen genau du kannst dich gleich umdrehen und einfach loslaufen jetzt wenn ich weiter geschlagen hätte wenn ich weiter geschlagen hätte wenn ich weiter geschlagen hätte ich hab keine ahnung ich hab erstmal das ziel dass wir in dieser liga bleiben ja genau erstmal gucken wie die leute hier so drauf sind naja wir haben ja Druckball als Gegner ohhhh oh oh was was für ein Tor was macht denn der Torwart da naja 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 gut gemacht er war richtig gut gemacht bittere Pille aber naja naja passi doch naja 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 oben vielleicht müssen wir hier auch so richtig kommen wir noch nicht ins Spiel noch gar nicht hab ich das Gefühl mein Gott doch wow Außenpfosten ey meine Güte was ist hier los ey ich mache wieder lang in der mitte einfach gut ja natürlich auch mit dropper vorne jemanden der unangenehm zu spielen ist die idee war gut aber der pass war schlicht die wirken langsam müde warst du ja Prozent Schönen. Ja. Doch. Schade. Okay, wir werden schon direkt näher geprüft. Oh ja. Oh. Das ist so ein gefährlicher Ball. Lang. Ja, und lang. Okay. Aber in 70 Situationen werden wir geprüft, ey. Kopfball. Bahn. Schön. Mann. Och. Der war kein Foul, Mensch. Wie kannst du runterholen? Das weiß man aber nicht, das war nicht so ganz klar, ob es schon drankommt oder nicht. Schade. Ach, Mann. Oben. Ah, kommst du dran. Du kommst dran. Nein. Äh. Oben. Ey, das ist so scheiße. Ja. Puh. Ja, na klar. Hab gewischt. Ja. Ey, der Torwart steht da. Ja, der war abgefälscht. Ja, aber trotzdem, der steht da immer noch, der hat sich noch nicht bewegt. Der ist haltbar, definitiv. Ja, schwierig, schwierig. Also ich würde jetzt sicherlich so haltbar, dadurch, dass er eigentlich in eine komplett andere Richtung geht. Machen. Ja. 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 Ich glaube, der hat ja so 20. Minute auch wieder Zugriff hatten. Zwar nicht viel, aber zunehmend mehr. Deshalb auch 5 zu 2 und 6 zu 5 hier die Bilanz. Ja. Ich würde auch erstmal nichts umstellen, glaube ich. Ne. Man kann vielleicht mal gucken, ob da vielleicht, na, vielleicht hätten wir doch gucken sollen, ob nicht gute Leute von denen draußen sitzen. Ja, das weiß man ja nicht. Äh. Wir haben ja noch einen 78er im ZDM, aber... Ne, lass mal. Wir lassen das so. Okay. Ach, scheiße gegen Galataserei. Na ja. Wenn wir da zurückkommen, dann war es unser bestes Spiel. Ruhig, ein bisschen weiter. Das Spiel ein bisschen quer machen, zu breit machen. Ah, schade. Es müsste Eckball geben. Ne. Oder? Natürlich, der ist abgef... Was? Ja, das ist das. 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 Ne, der war nicht abgefiltscht. Das habe ich auch nicht so gesehen. Oh, war doch schön geschossen. Was machen die denn da? Jawohl. Ganz merkwürdige Geschichte gerade. Kann es sein, dass einer von denen weg ist? Ja. Ja, aber das ist deren Problem. Das ist deren Problem, genau. Ja. Okay, das ist die Zeit, natürlich. Der versucht, den auch alleine zu halten gerade, weil sein Kollege weg ist. Ja. Na, ey. Ist das so ein Trick von den beiden? Dass dann einer abhaut einfach? Boah, Mann. Jetzt ruhig. Beruhig. Um. Ja, schade. Och, ey. Ist doch scheiße, Mann. Dann... Ja, weil das, das Problem ist, normalerweise würde ich sagen, okay, dann... Jetzt, ey. Ja, dann würden wir jetzt normalerweise sagen, ja, Pause, bis der Spieler dann da ist, ja? Ja. Aber das Problem ist, das geht auch von unserer Zeit natürlich ab, gell? Natürlich. Nein! Aufs leere Tor nicht, ey! Oh, Mann! Ich bekomme ihn von unten. Jetzt bekomme ich ihn. Oh! 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 Ne, ist weg. Sorry. Schade. 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 Meiii. Och, Gott, ey. Also, sorry an alle, die zugucken, da können wir nix für... Oh! Oh! Du hast die... Ich hab dich nehm... Oh, das kann doch nicht sein, ey. Oh! 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 Oh. Es kommt keiner mit? Ah, ich hab das hier oben gehabt auf einmal. die machen nur noch zeitspiel gerade und genau das geht gar nicht wenn jemand eine minute lang den Spieler nicht bewegt, dann fliegt der raus das geht gar nicht gerade, das ist ganz bewusst gemacht das kann sein, das ist nervig ja, das ist gerade ganz bewusst gemacht, weil wenn man eine minute seinen Controller nicht bewegt, dann fliegt der raus ihr wollt so ganz klar unser Spiel kaputt machen hallo Schiri, das ist nämlich schön über die Klinge springen kann das sein, dass der auch nur noch alleine ist, weil jedes mal, wenn der an den Ball bekommt, kriegt der ihn also dieser kannst du nicht sagen, dass er jetzt gerade rausgeflogen ist, ne? ja schön oben ja, jetzt kann er nämlich auch besser wieder spielen Alter, wie sind die so schnell, ey, das gibt's doch gar nicht nein, nein, genau oh 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 nein, 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 nein jetzt genau oh oh ist verdammt eh verdammt eh verdammt eh verdammt eh verdammt eh da möchte ich jetzt gar nichts zu sagen ne in meinem Fall haben die das Spiel damit kaputt gemacht damit dass der weg war richtig also ich würde sagen machts gut und wir sehen uns bei der nächsten Folge tja